im westen ist schon was leuchtendes zwei leuchten im westen punktlandung oh ja hier ist mächtig was im westen der bull hat aber nur einen grünen bauch der macht noch nicht so viel zwei grüne fühlt sich nicht gut an da kommt der dritte bull noch ein paar so wie werf ich noch mal gleich die cocktails weit weg von dir und mit maustaste mit was für einer maustaste links haben wir unseren ketten wort vorsichtig aber das war nicht gut das war nicht gut ich habe mich selbst angezündet wer will wer will die monotops ich wollte auch ich mache immer kann ich die wieder da in die kiste machen aber manchmal ich sterb gerade das ist nein scheiße zu spät bemerkt die animation denkt aber auch mit dem monotops ich habe zu spät bemerkt dass ich sterbe hier kommen die ersten krabbler hoch ja ich habe schon das ruckelt alter schmiede wir sollten mal standort wechseln wir haben keine jahres mehr kann man hier rüber ich mache die monotops jetzt wieder zurück wer die haben will kann sich sie nehmen die die man ja ein bisschen versuchst du mal zu ziehen keinen bock mich noch mal selbst weg zu rennen ich nehme sie mir ja viel spaß 98,5 fps was will ich denn damit schwierig sehr schwierig krass 7,5 fps das leckt natürlich jetzt gut ne das ist auf 32 pro spiel eingestellt oder 64 ich glaube 64 immer mehr ja ich glaube 4,5 fps das bekämpfen wird jetzt schwer also was war das schaut und genießt ich bin gerade von irgendetwas angespuckt worden habe aber keine grafik dafür gesehen das ist schlecht willst du mal einer von den pengkillern hier nehmen alter schmiede wow da war aber gerade gar nichts zu sehen aldur? ja? ist da jemand reingegangen da oben? wo? sieht zu leer aus keine spikes mehr das wäre nicht schön wenn die da rein gehen da unten sind noch nicht die ganzen eisenspikes drin ja deswegen war ich auch froh dass sie aus süden kommen halleluja keine muni mehr kannst du noch steinpfeile machen? nö ich hab noch Pfeile ich mein jetzt nur die äh Bulle kommt vorsicht unter uns feiertank ja es ist nicht dass er spuckt wow ist der schnell er rennt gerade so ein bisschen unkoordiniert durch die Gegend der kopf heidi jetzt kapitän ouch 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 das sah nicht gut aus das war auch verdammt oh Bulle ja wem ja ähm unser catwalk ist kaputt nur zur info ja da müssen wir springen ja ja sagte er in seinem Gegend vielleicht sind ja 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 also wenn die Decke wegbricht wissen wir warum ja ich habe ganze 6 Helden ja wer? wie? wo? ein feiertank ich habe ganze 6 Helden guck hast du Bandage genommen? ja wir haben keine normale Bandage sind einfach noch drin ja aber die bringen ja nichts zum hochfallen nein Pan-Killer und trinken Pan-Killer sind keine da Pan-Killer sind keine da ich kann einen geben komm runter da wo die Essenskiste ist ja lege ich dir einen rein ja ja oder besser gesagt ich lege dir noch zwei rein ich habe noch Energie dann kannst du trinken ja ja mit einem ziemlich 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 voll hier ja im Endeffekt ist es einfach nicht mehr könnte der mal wieder rauskommen da ist er ja genießen genießen und aussagen ja ohne Spuck gleich ja der ist schon reingelatscht ne ja halleluja ja und hier fehlt auch schon einiges ja ich habe die eben repariert die angebrochen waren aber ja ach wie war das denn hat einer mit dem Auto gehauen oder oh ok dann kommen zwei neue Polizisten vom Westen ich mache mal ein paar Woodframes modelligerweise 11FPS oh man ja die sind unten schon drin die laden schon quasi direkt was war das denn jetzt nicht gut das ganze ohne Spuranimation auch klasse ja dann habe ich eben auch das habe ich also das habe ich auch dann kommen wir jetzt auf die Haube noch mal nochmal dann nochmal nach vorne also könnte ich jetzt sogar Jolo spielen oh die sind drüben ach du lieber Herr Gesangsverein wie geil ist das denn die sind hochgelatscht wir haben das Haus nicht genug abgesichert Mist wir haben gerade unseren Stopp sehr effektiv das ist ein böser Polizist der Spuckt ja davon hätten kommt der nächste leuchten da an besten ich sehe und der nächste boah ist auch laut das ist ja gar nicht zu treffen richtig mein Gott Heileluja solltest du ihn mal ein bisschen hier rüber ziehen oder nach Norden dann haben wir noch ein paar Spikes wir könnten sowieso mal alle nach Norden gehen damit die Höhen durchleiten ja hier ist auch ruhiger wenn du die Glühwöhnchen da ist die Glühwöhnchen da ist die Glühwöhnchen hört sich gut an da unten drunter ja so leicht nach Blähungen das qualmt so ein bissl also ganz klein die drehen ja voll am Rad hier aber hallo ey wow oh der Bulle spuckt sich da fast ganz geil der ist ein Dach aus dem Dach aus ja ja hier unten haben sie sich schon durchgebuddelt im Nordband ist durch ok also da wo die Spikes fehlen ist glaube ich auch ein Loch in der Wand ah der Bulle wachsend ist krach oh er hat das Dach gleich durch oh scheiße ah alter hat er mich erschrocken ey hohohohoho kommt der mir direkt vor die Nase ey etwas laggy äh ja minimal nur jetzt brauche ich überhaupt nen Painkiller jetzt der Bulle raus ja der Weg ist wieder frei alter jetzt hab ich mal 250 Puls ja hoppala der kotzt der nächste Wahnsinn warum schickst du mich zu den Zombies explodieren oh das sieht gut aus guck dir das an halleluja ey ich guck mir das besser nicht an da sind aber noch Farale und die laufen weiter ja jetzt knackt im Ohr ja schon wieder ne war da komm her einmal auch wenn es nichts bringt essen einmal gucke ich mir das an dann ja wow ok das sieht echt heftig aus das hat was ja da ist noch ein Spucker Bulli da unten das sind zwei ok ich bewege mich weiter nein scheiße oh oh da wollte ich eigentlich nicht hin jetzt wird's lustig Roxy ist unten ich wollte nicht raus äh 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 ich hab mich schon gesagt weil ich schon draußen bin hast du ok das ist ein Argument aber ich hab noch zu wenig obwohl jetzt geht's eigentlich wieder 25 FPS wollte ich mir nicht sagen mit 5 FPS kann man schlecht unten zu Fuß von Hand zu Fuß ploppen ok also da unten ist das größte ist noch leuchtend was da ist das rocke ich immer noch auf der einen Seite habe ich 12 FPS auf der anderen 28 da ist ja noch einiges da unten noch Bullen dazwischen ich sehe ja doch da sind noch welche so da klopft aber jemand den Stein weg eh halleluja ein Bulli was haben wir denn hier alle schön boah ich treff den nicht ne 2 ja 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 die machen aber nicht so einen haufen du kannst wie auch muss ich indem wir im kopf treffen noch bullen dazwischen da ist einer ja ich habe nur schon zwölf die pfeile versenkt jetzt macht er bums ok immerhin immer noch 15 fps was geht denn ab hier jetzt mal den spider killen also die ostbahn ist komplett ganz dann gehen wir mal runter ne spuckt noch einer was hier ist noch ein spucklein zwei leuchten schneller spucker voxie bei dir das ist nicht gut er trägt auf mich jetzt bei mir nö wer ist denn da unten nach feierten die drecksau hat sich beim spucken wo ist der spucker irgendwo unter uns jetzt ja da sind gerade zwei ja ist immer zwei drinnen ja hm 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 vorne sieht es wieder wie schaut es denn hier aus haben wir vorne noch spikes ja noch ein bisschen oder also da wo er gerade auf der straße steht da kommt ja gleich hin ja es ruckelt immer noch halleluja ja aber jetzt nicht mehr so schlimm wie eben naja es geht so 15 habe ich noch 15 fps guck mal da wanderhorde und spider aus dem haupteingang ich muss das jetzt machen ich hatte eh nur noch nicht mehr so viel als so das ist der richtige polonaise ins haus rein da unten das schaut lustig aus los oben oben los los auf schnitt hoch Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Mann. Voll daneben. Wow. Der wohl hat von innen gekotzt. Tja. Tschüss. Ich meine, bei Proxy habe ich es ja gewusst, warum, aber... Warum was? Warum du verreckt bist. Ja, ich auch. Ich bin neben dem's Frame gehauen. Voll in die Spike rein. Ziemlich neckig. Ja, wie bist du? 12 FPS habe ich jetzt. Was hat mich da jetzt getroffen? Kann dir mal jemand abdenken? Ich würde meinen Rucksack wieder gerne holen. Warum? Der muss ja jetzt sein. Wir sind ja eh verboten. Wo ist denn meine Keule? Okay, tut mir leid. Ja, ja. Warte, da mache ich mir jetzt zu. Ich wollte dich doch auch mal. Oh, ich bin Holz, ja. Oh, nein. Mit deinem stumpfen Holzköppel. Der muss auch schön gehen. Ah, was war denn das jetzt? Wer war das? Ich habe nichts gemacht. Na, nö. Ich habe mich nur verteilt. Hey. Ich hätte ja bitte mal anderen, die mir hinterher schießen. Hey. Ich war doch noch Wehrlosen. Immer auf die Wehrlosen. Doch noch der Falle gesteckt. Hä? Ich weiß nicht, von wo. Das ist im Boden. Ja, von unten haben, glaube ich, auch welche gekotzt oder so. Nein, nein. Nicht? Irgendjemand ist im Boden. Ja, irgendjemand ist im Boden. Der feiert den. Ich habe aber schon. Was macht der denn da? Der nimmst du, der im Boden ist oder? Kommt wieder einer. Zieh dich an und aus. Kämpf wie ein Mann, nicht wie eine Maus. Ich wollte es erst mal verbannen. So bin ich wieder tot. Hä? Ja. So. Die sind ja immer noch laut da unten. Ich kann sie ja mal laut nach oben machen. So noch ein paar Leuchten da unten dran. Boah. Das sieht ziemlich an und aus. Es wäre mir eine Kunst. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich habe gar nichts. Nicht mal krass. Jetzt habe ich was. 68 Pfeil. Da ist noch gut was unten drin. Und hier oben. Oh ja, da kommt ein Krabbler hoch. An der Treppe. Hast du jetzt mein Rucksack? Ja. Wir haben einen hier oben. Ja, ich kann mich nicht verteidigen. Trotzdem sind meine Sachen sofort. Ich mache dir einen Bogen. Hat noch 17 Pfeile. Proxy zieht dich an und aus. Wie jetzt immer noch, oder was? Ja. Wenn du das bist. Ich lege dir ins Lagerfeuer einen Bogen. Und Pfeile. Hallo? Ja. Er hätte aber gerne seine Sachen wieder. Wir wollten meine Sachen wieder. Meine Zigarette und so. Hat denn die Zigarette? Und hier noch gleich ein Crush. Ja, komm durch. Kommt hier hin. Da unten ist ja auch noch voll. Einmal durch die Spikes, bitte. Drei Pfeile habe ich noch. Ach, du Scheibe. Da drin ist es immer noch Action. Ja, wo ist die Spikes? Ich habe keine Pfeile mehr. Halleluja. Wo geht er hin? Da ist noch ein Spucker. Da ist noch ein Spucker. Da ist noch ein Spucker. Ich fass nicht. Da ist noch ein Spucker. Der läuft gerade vor mir her. Scheiße. Ja, der, der hält sich ja wieder hoch. Ja, trotzdem. Ich dachte, die werden alle weg. Da ist noch ein Spucker. Spikes hat noch jemand Holz. Negativ. Autsch. Scheiße. Aber nicht zu spät. Kannst du bei dem noch ein bisschen legen. Furz zu spät. Alter, wie viele sind da unten noch? Also, ich schätze mal... 20. 15 bis 20, ja. Lebt der immer noch, der da? Ja, der lebt hier immer noch. Na, endlich wird mal richtige Waffen hier rausgezogen. Oh, jetzt wird mir geplant. Ja, drüben dort ist Campfire. Da könnt ihr euch wehren. Oh, jetzt wird's noch mal kurz. Ich bin bei mir. Oh, der Mantel. Deine Stamina geht runter, Aldo. Pass auf. Du bist es am Unterkühlen. Ich glaube, momentan hat er Spaß. Und nix hat er auf euch. Aldo ist, glaube ich, nicht auf unserer Seite. Was? Hey. Total. Okay, der hier oben ist weg. Wow, hier ist noch ein Spucker. Das hättest du nicht gesagt. Äh, bleib... Äh, ja. Zwei mindestens da unten. Ja, haa. Du musst schon treffen. Ja, ich darf voll daneben, die Chance. Ich hätte den einen Schritt nicht mehr machen dürfen. Das Care-Paket kommt. Zwölf Uhr. Ach, na. Also fairerweise müssten wir, glaube ich, sagen, wir hätten die Nacht überlegt. Ähm, fairerweise haben wir die Nacht ja nicht überlegt. Wegen Mucki. Ja, jeder ist gestorben. Der Moxie. Ich jetzt aber auch nur durch euch. Ich bin auch erst am Tag gestorben. Geh weg. Ja, dann haben wir es ja. Naja, ungeklächt. Bierchen? Äh, ja, sobald ich mich angezogen hab. Sonst wird das immer so toll. So, kommen wir zusammen. Go. Wer fehlt denn hier noch? Fire Tank ist, glaube ich, hier unten, oder? Ja, ich komme. Ich bin schon am Willen. Ich möchte nicht wissen, wo der Tank geführt hätte, hätten wir nicht viel rein, Spikes und unten drin komplett alles voll gehabt. Ja, gut. Ja. Dann sag ich doch mal so, nechtern. Ja, ein bisschen Zeit, ja. Wir haben die Decke hier eigentlich schon... Jo. Was haben wir? Dann, nee, nicht. Pistole weg, Bier raus. Ja, komm her. Poxi. Bier raus. Cheers. Hast du auch was? Cheers. Mein Bier hab ich schon eben verpulvert. Dann nehm dir irgendwas anderes. Als ich vom Spuckerwecker laufen bin. Malzzeit. Gluck, 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 gluck. Oh, fantastisch. Ja. Malzzeit. Malzzeit. Malzzeit.